Veganer wollen Bauern arbeitslos machen und Kühe umbringen. Ist klar. Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Wenn ihr schon länger vegan seid oder euch mit dem Thema befasst, dann habt ihr dieses Argument vermutlich schon irgendwann einmal gehört. Es geht im Grunde genommen darum, dass irgendwie sowas gesagt wird wie wenn aber alle Menschen vegan werden würden, dann wären ja die Bauern arbeitslos und die ganzen Kühe und Hühner und so, die würden ja aussterben. Und deshalb ist es im Zeichen der sozialen Wohlfahrt und im Zeichen der Erhaltung der Artenvielfalt besser, die Tiere zu essen. Und ja, das macht genauso wenig Sinn, wie es sich anhört. Das ist wieder so ein klassischer Fall, dass die Leute nicht richtig nachdenken. Da habe ich ja letztens ein Video zu gemacht und dieses ganze Argument basiert auf, ich würde sagen, zwei großen Logikfehlern, die ich erklären möchte. Der erste große Logikfehler basiert darauf, dass man annimmt, dass alle Menschen von heute auf morgen vegan werden würden. Das wird nicht passieren. Selbst, das ist sogar hypothetisch nicht einmal möglich. Das wird nicht funktionieren, niemals, auf gar keinen Fall. Selbst bei einfacheren sozialen Umstellungen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, dass Frauen wählen dürfen, dass Frauen Auto fahren dürfen, dass wir dunkelhäutige Mitmenschen nicht mehr verprügeln und so. Selbst damit tun wir uns als Menschheit ja allgemein irgendwie schwer und haben das auch nach hunderten von Jahren immer noch nicht hinbekommen, das auf der ganzen Welt durchzusetzen. Ich glaube, das wird mit Veganismus nicht schneller gehen. Und wenn man einmal akzeptiert, dass es niemals, niemals, auf gar keinen Fall so sein wird, dass die Mehrheit der Leute von heute auf morgen vegan wird, dann greift das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, auch wenn man es nicht mag, es ist aber so. Und das kapitalistische Wirtschaftssystem basiert im Wesentlichen auf Angebot und Nachfrage, auf einer gegenseitigen Anpassung von Angebot und Nachfrage, woraus dann die optimale Produktionsmenge und letzten Endes auch der Preis entsteht. Wenn ihr euch das also vorstellt, man kann sich das als zwei Graden vorstellen, eine Angebotsgrade und eine Nachfragegrade. Wenn die Nachfrage sinkt, sinkt auch das Angebot, weil es keinen Sinn macht, etwas zu produzieren, was nicht nachgefragt wird. Steigt die Nachfrage, steigt das Angebot, denn es macht keinen Sinn, das dann nicht auszunutzen, weil man ja mehr Geld machen könnte. Und letzten Endes ist das also immer ein gegenseitiger Anpassungsprozess. Und das ist ein Prozess, der über Jahre hinweg gehen wird. Und wenn wir einen Trend haben, wie wir ihn momentan haben, dass immer mehr Leute vegetarisch und vegan werden, dann sinkt auf Dauer die Nachfrage nach Fleisch- und Tierprodukten und dann sinkt auch auf Dauer das Angebot von Tierprodukten. Und das ist ein Anpassungsprozess, der jahrelang dauert. Das gibt den Bauern genügend Zeit, entweder ihre Produktion umzustellen oder das gibt gesamtwirtschaftlich gesehen Zeit, dass Bauern einfach quasi wegsterben und ihre Höfe aufgeben, also nicht wegsterben, weil sie jetzt verhungern sollen, weil sie alt sind, und dann ihre Höfe damit aufgeben, wodurch dann das Problem gelöst ist. Das ist gar nicht mal so schwierig. Vor allem die ganzen vorhandenen Ackerflächen, die man dann nicht mehr benutzt, um Futtermittel für Tiere anzubauen, können dann dafür genutzt werden, um Futtermittel für Menschen anzubauen, also Gemüse oder Getreide oder sowas. Und nein, es ist nicht so, dass alle Futtermittel jetzt irgendwie in Bergen angebaut werden und die Hügel dann nicht mehr benutzt werden könnten. Und selbst wenn, warum müssen wir jeden verkackten Hügel benutzen, um da Schafe draufzustellen? Das ist auch nicht natürlich. Das ist also der erste Logikfehler. Der zweite Logikfehler basiert darin, dass man sagt, dass die Tiere dann aussterben würden. Und da vernachlässigt man, glaube ich, dass die Tiere gezüchtet sind. Die ganzen Schweine, die ganzen Hühner, die gehalten werden, um Fleisch zu geben, oder die ganzen Kühe, die gehalten werden, damit die Milch geben, die werden nicht irgendwie im Wald eingefangen, sodass man dann sagt, so komm her, Kuh, wir brauchen dich, wir müssen dich melken oder sowas. Also funktioniert das nicht. Die Kühe werden von Anfang an gezüchtet. Es ist ein komplett geschlossenes System, das mit Darwin'scher Evolutionsbiologie im Prinzip nichts mehr zu tun hat. Genauso ist es, dass die meisten dieser Tiere nicht ohne weiteres in der freien Natur lebensfähig wären, aufgrund von, ja, Immunschwächen und sowas. Deshalb ist es zum Beispiel eine ziemlich schlechte Idee, einfach so einen Huhn aus einem, aus einem Tierbetrieb rauszuholen und es dann auszusetzen. Das wird vermutlich sterben. Und in dem Sinne ist es auch nicht so, dass die Kühe dann aussterben würden. Ja, diese Rasse an gezüchteten Hochleistungskühen, die selber qualvoll, schmerzvoll leben, weil sie so viel produzieren und sowas, die wird dann wahrscheinlich aussterben. Aber ich frage mich dann aus ethischen Gründen, aus einem ethischen Gesichtspunkt, ob das wirklich so schlecht wäre. Weil das ist ja quasi so, wir erzeugen diese Kühe, die dann leiden, ja selber. Ich glaube nicht, dass das so problematisch wäre, wenn es die Kühe dann nicht mehr geben würde. Ich würde sagen, lieber kein Leben, als ein Leben im Dreck und unter Qualen. Weil ganz abgesehen davon, gibt es dann ja immer noch die ursprünglichen Varianten von Kühen, von Hühnern, die in Wäldern leben. Nicht mehr so viele, weil wir Menschen ja sehr erfolgreich darin sind, unsere ganze Natur zu vernichten. Aber es gibt sie. Und ich würde sagen, dass da dann immer noch Evolution passiert, was ja in Ställen nicht passiert. Wie ihr also seht, ich bin von diesen gesamten Argumenten, von diesen gesamten Argumenten, müsste man eigentlich sagen, nicht überzeugt. Und ich glaube nicht, dass das ein Gegenargument gegen den Veganismus ist. Denn Konsumentenwünsche ändern sich immer. Und ja, es ist dann so, dass einige ihr Geschäft aufgeben. Ich finde das aber jetzt nicht unbedingt schlecht. Vor allem, wenn man sich die weiteren ethischen Implikationen davon anguckt. Nämlich, dass Tiere dann nicht sinnlos ausgebeutet und getötet werden. Da kann ich es verkraften, dass ein Bauer dann seinen Hof aufgibt und sich einen anderen Job sucht. Mal abgesehen davon ist es ja nicht jetzt so, als ob die Bauern davon gut leben könnten. Also, bei dem heutigen Milchpreis und sowas. Denkt einmal darüber nach, wie Evolutionsbiologie funktioniert. Denkt darüber nach, dass die Tiere alle gezüchtet sind, dass es nichts mit Natur zu tun hat und dass ich das ethisch höchst verwerflich finde, so ein geschlossenes System zu haben, nur um Tiere zu züchten und dann zu töten. Wirklich, der einzige Lebensinhalt von diesen Tieren ist getötet zu werden. Das ist ethisch, das ist ethisch nicht machbar, finde ich. Das ist ethisch total, total schrecklich. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, dann postet sie gerne unter diesem Video oder teilt es, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mich auch abonnieren, könnt ihr da machen oder unten irgendwo. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin eine gelassene und tolle und hoffentlich auch vegane Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war's.